Das deutsche Geschütz, wie soll ich ihn nahe machen? Ich kriege ihn ein. Aber Steine, das Angriff muss ja schon im Rollen sein. Wir müssen bald im Möglichen verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist nur zuverlässig, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff am Steine alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihm mehrmals sagen können, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umwägung des Führers weiß, dass das sein Hirngespenst ist. Fantasie. Ich würde mich wundern, wenn er selbst da umglaubt. Was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat er Gegner Zwossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff marschieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das ist der Ibel in Rome. Keiter, Jäber, Krebs, oder Ptdorf? Das ist der Ibel in Rome. Das war ein Befehl. Der Angriff steuert war ein Befehl. Wer sind Sie? Das hier war die neuen Befehl zu der Scheisse. Oh mein Gott, das ist einfach gelaufen. Das Minister hat mit Belogen. Jeder hat mit Belogen sogar die Östens. Die gesamte Generalität ist im Zweiter als ein Haufen niederprestiger Treue unter Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbunden sind... Ist das Feiglinge? Verrechte Fassader! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungewöhnlich. Die Generalität ist doch der Schmolz des ganzen Falsches. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärkirchen zugerbracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Jahrelang, dass das Militär mal am Zogen nur behindert. Das hat mich jeden nur als Wettkirchen widerstellt. Ich habe weggelegt. Ich hätte gut daran getan, von jämmern alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf Misten stellt, ganz Europa erobert. Verräter. Verräter. Von allem einfachen Ahnung, wenn Sie so verraten und betraut worden. Es war ein ungeheurer Verrater in der falschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Wenn Sie am eigenen Blut werden, Sie bezahlen. Sie werden das Schaufen in Ihrem eigenen Blut. Ich würde so gerne, sonst beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich und es ist in Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das weg bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagt sich wie eine Kugel durch den Kopf. Du hast ja was ihn wollen. Das konnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er Sie erschießen will. Frau Junger, Frau Christian. Ziehen Sie sich sofort. Um in einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringen. Das ist alles verloren. Heifloch ist alles verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Das lass mich nicht wegschicken. Mein Führer, ich bleibe auch. So, ich bin sehr verraten, dass ich hier verratene, dass ich hier nicht wegschauen will. Das ist alles verloren. Jetzt sind Sie auf, dass ich hier nicht wegschiede, habe ich festgestellt. Vielen Dank.